Hier gibt es mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir aus der Sommerpause. Bei den meisten Podcasts gibt es ja sowas wie eine Folge Null, also eine Folge, die man sich anhören kann, wo es so ein bisschen um die Basics geht, also warum gibt es den Podcast und was macht man damit und so weiter. Und das ist eine Folge, die ich nie aufgenommen habe und jetzt, wo schon die erste Staffel durch ist, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen spät dafür. Aber ich habe gedacht, ich kann dir ja zumindestens mal erzählen, wie das überhaupt so alles angefangen hat mit dem Podcast und wie ich darauf gekommen bin, den überhaupt zu machen. Ich kam nach zwei Jahren von meinen Reisen zurück und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich einfach mehr glückliche Menschen auf dieser Welt sehen wollte, die einfach Ruhe und Glück in sich selbst finden können. Am liebsten hätte ich so 100 Leute pro Woche für 10 Euro die Stunde oder so gecoacht und habe dann aber schnell gemerkt, dass man als Selbstständiger echt super viel Geld verdienen muss, weil die Ausgaben einfach so hoch sind. Und ich habe gemerkt, dass ich zu wenig Kapazitäten habe, also ich hätte so 10 bis 11 Sitzungen pro Woche machen können, das bedeutet 10 bis 11 Kunden, mit denen ich hätte arbeiten können pro Woche, weil die Vorbereitungszeit einfach mit eingerechnet werden muss, die Nachbearbeitungszeit nach den Sitzungen und dann natürlich der ganze andere Spaß, der an so einer Selbstständigkeit mit dranhängt. Also Abrechnungen, Steuererklärungen, Treffen mit Steuerberatern und so weiter und so weiter. Und dann war ich nach kurzer Zeit relativ frustriert, weil ich das super ungerecht fand. Ich hätte niemals Sitzungen für 10 Euro anbieten können und ich hätte vielleicht höchstens so eine Sitzung pro Woche kostenlos für Leute anbieten können, die wirklich sich das anders hätten gar nicht leisten können. Naja, und eine Sitzung pro Woche, also sprich ein Kunde pro Woche, der das kostenlos in Anspruch nehmen kann, ist einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und super weit entfernt von dieser Masse an Menschen, die ich erreichen wollte, damit eben auch Massen an Menschen zufriedener und glücklicher und entspannter werden können. Also es hat mich ziemlich genervt. Und dann kam das Jahr 2016 bzw. das Jahr 2017, in dem Podcasting auch in Deutschland so ein bisschen bekannter wurde als Medium. Ich habe am Anfang selbst viele Podcasts gehört und irgendwann kam mir die Idee, Mensch, ich mache einfach selbst so einen Podcast. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche, weil so einen Podcast, den kann im Prinzip jeder auf dieser Welt hören, egal wo er ist, egal wie viel Geld er hat und vor allem auch zu jeder Zeit, wann es für ihn passt. Das war also meine Chance. Und so kam es, dass du seit Januar 2018 meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins hören kannst. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass du von mir immer nur Tipps bekommst, die du möglichst ohne irgendwelche äußeren Hilfen umsetzen kannst. Und das hat damit zu tun, dass ich sicher bin, dass alles, was du brauchst, um gelassen, entspannt und glücklich zu sein, schon in dir selbst schlummert. Ich bin überzeugt davon, dass es nachhaltiger ist, dein dir inneliegendes Potenzial zu aktivieren, denn du wirst immer darauf zurückgreifen können, ein Leben lang, egal wo du bist in dieser Welt. Und diese Möglichkeit, alles aus dir selbst zu schöpfen, ist auch etwas, wenn du es einmal gelernt hast, was dir nie wieder irgendjemand wegnehmen kann. Ich wurde bereits zweimal angeschrieben, ob ich nicht Geld verdienen will, indem ich Werbung in meinen Podcast einfließen lasse. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass ich dieses Angebot bisher nicht angenommen habe. Dabei bleibt es auch. Denn wenn alles, was du brauchst, schon in dir schlummert, warum oder wofür sollte ich dann noch Werbung machen? Das Ziel meiner Coachings und auch das Ziel meines Podcasts ist es, dass du sie irgendwann nicht mehr brauchst. Dass du unabhängig sein kannst. Auch von mir. Im Übrigen hat sich nicht nur für dich einiges geändert, seit du den Podcast hörst, sondern auch für mich. Ich habe hunderte Menschen mehr erreicht, als das mit den Einzelcoachings jemals möglich gewesen wäre. Im Moment überlege ich, zukünftig mehr mit Gruppen zu arbeiten und die Einzelcoachings generell einfach zu vergessen. Gruppencoachings sind lustiger, cooler für dich und meine bestehenden Kunden, weil man sich mit anderen austauschen kann. Und es ist insgesamt effektiver, weil ich so auch wieder mehr Menschen gleichzeitig statt immer nur Einzelpersonen weiterhelfen kann. So richtig weit bin ich in der Entwicklung meiner Gruppengeschichte noch nicht. Das Einzige, was ich bis jetzt mir überlegt habe, ist, dass die maximale Größe von so einer Gruppe wahrscheinlich bei acht Teilnehmern liegen sollte. Und was mich jetzt umtreibt, ist eher die Frage, wie man sowas am besten macht. Wie macht sowas am meisten Spaß? Als einfaches Gruppentreffen? Als Online-Seminar? Oder als Reise? Ans Meer oder irgendwo anders hin, wo es super schön ist? Für eine Woche oder so? Naja, das Leben ist ja ein stetiger Wandel. Und wie man so schön sagt, kommt Zeit, kommt Rat. Wenn ich weitergekommen bin in meiner Ideenfindung, werde ich dich das natürlich wissen lassen. Falls du gerade beim Hören einen Geistesblitz gehabt hast, was ich machen könnte oder was dir am meisten Spaß machen würde, dann lass mich das unbedingt wissen. Du kannst mir schreiben auf Facebook oder auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de Oder du schickst direkt eine Mail an kontakt.burnout-coaching-berlin.de Aber jetzt erst mal ab mit dir. An deinen Badesee oder in deinen Garten oder an den Strand. Ich weiß ja nicht, wo du das gerade hörst. Vielleicht bist du ja schon im Urlaub. Egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir eine tolle Sommerzeit. Und wir beide, wir hören uns wieder. Bis dahin. Deine Susi Deine Susi